Die neuen Oberkrainer Kontrabass-Seiten sind das Ergebnis einer fünf Jahre langen Entwicklungsphase. In Zusammenarbeit mit dem Musikhaus Music Max, dem Gitarrenbauer und Techniker Tomasz Schinko und der Firma Labella aus den USA haben sie wieder mal eine Revolution geschafft. Aus der Grundlage der mehrjährigen Testphasen und Anwendungen verschiedenster Seiten haben sie neue Seiten aus neuem Material hergestellt. Insbesondere haben sie den inneren Kern verändert und ihn ersetzt durch einen neuen Kern. Diese Kerne sind unterschiedlich dick und gleichzeitig stark genug, dass der Schalermagnet sie aushält. Dies gibt einen Mega-Sound über den Verstärker. Natürlich erreichen wir auch durch diese Art eine leichtere Spielweise. Wir haben einheitliche Seitenlängen für die Größen ein Viertel und eineinhalb. Das Außenmaterial ist aus besonderem rostfreiem Edelstahl, die für extrem lange Lebensdauer garantiert. Wir haben ein Hier im parliamentiert. Auch das Außenmaterial ist ausuxeaечend. Vielen Dank.